Hi, weiter geht's mit AQM. Heute machen wir was besonderes, denn die Query ist mega abgegangen im Nähter. Wir haben jetzt so viele Diamanten, das heißt wir können diese super krasse Blume bauen. Und das machen wir jetzt auch mal, deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Und ganz, ganz wichtig, Abo da lassen, da verpasst ihr auch nichts mehr. Und Shader muss ich glaube ich gleich wieder ausmachen, wir sind schon sehr hart fortgeschritten. Also die Query läuft auch gerade die ganze Zeit durch. Und die hat sieben Debris gefunden und einen Nähtergobber. Wir brauchen natürlich noch mehr Nähtergobber, allerdings ist die noch ein bisschen zu hoch. Also es gibt ja Gobber weiter oben und ganz viel Gobber weiter unten. Und wir haben die glaube ich eindeutig zu hoch aufgebaut. Ansonsten wird alles andere weggeschmissen, also wirklich. Diamanten werden weggeschmissen, Quarz wird weggeschmissen. Das war einfach zu viel für unser System. Klar kann man jetzt sagen, man kann das System aufbauen, aber jetzt noch nicht. Und wir können jetzt den Elemental Lucid machen. Und wenn man ganz kurz guckt, also Diamanten ist wirklich, ich weiß nicht, 7000 Diamanten? 7000? So klar, unter einer Million geht nichts, aber das meiste war jetzt wirklich aus dem Nähter. Da waren so viele, die ich habe nur Diamanten herausgeholt. Wahnsinn. Und hier auch noch ein bisschen antiker Schrott, jetzt haben wir es. Und jetzt machen wir den Süd. Weil der war relativ teuer, wollte ich mal von Hand farmen, aber war halt doof. So, der wird schon mal gebaut. Dann brauchen wir noch ein Kabinett. Haben wir nicht? Kabinett. Oh lol, es gibt Upgrades. Aber bringt nichts, wenn die eh nicht voll sind, ne? Ja, das wäre dann doof, glaube ich. Weil, äh, ich hatte mal gefragt, wie eine Hausbau-Folge. Würde ich auch super gerne machen. Wir brauchen allerdings noch Kupfer. So, was soll ich denn machen ohne Kupfer? Und anscheinend brauchen wir auch noch Eisen. Warum brauchen wir denn Eisen? Haben wir kein Eisen? Wo ist unser Eisen? Hat der kein Eisen gefarmt? Ach nee, falscher Drill. Vielleicht sollten wir einfach mal den anderen Drill nochmal reinlegen. Weil dann haben wir auch genug Kupfer und Eisen, ne? Der ist zu Kraft, Copper Drill. Ne, Copper Drill macht nur Steine und so einen Scheiß, ne? Hier, Bronze Drill. Bronze Drill ist geil. Sag mal was. Komm schon. Och Mann, oh. Oh, alles fertig. Was habe ich denn nochmal gebaut? Ich habe diese eine Pflanze gebaut. Diese Elementalio Seed. Ah ja, den Seed haben wir gebaut. Nice. Drill. Bronze Drill. Jetzt geht halt aber los hier mit Eisen, ne? Kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Crafting Card. Theoretisch müsste der jetzt direkt wieder craften. Da, da, oh, da ist er. Er craftet direkt. Das heißt, er hat einen auf Reserve und den, den ich habe, tue ich mal immer rein. Und die, also man sieht auch, ich habe hier 0 eingestellt und da 1. So, sonst würde er halt 128 Drills bauen und das wäre ein bisschen viel so für den Anfang. Deswegen habe ich das mal eben da reingetan. Gut, jetzt gehen wir nach unten. Hui. Ah, ich habe den Bus vergessen. Aber unten ist ja auch noch ein Terminal. Nice. Und ich mache mal kurz den hier. Das ist echt krass geworden, ne? Am Anfang konnte ich noch locker flockig rumlaufen mit Shader und so. Mittlerweile, oh. Warte, was soll ich jetzt holen? Ich wollte noch einen Bus holen, einen Storage-Bus. Wer kennt ihn nicht? Kommt direkt nach dem 184er Richtung Kupferdringen. Der fährt, glaube ich, zum Hörsterfeld, ne? So. Äh, Dirt. Für alle, die erste Mal eingeschaltet haben, willkommen. Ich rede nicht immer so viel Kacke, aber manchmal schon. Da muss ich Peter recht geben. Und da ist die Frage, eigentlich war die Idee, auch mehr Create zu bringen. Aber irgendwie finde ich AQM gerade cool. Und manche fragen auch, warum ich es AQM nenne und nicht AQ. Also hat jemand im Stream gefragt. Und da habe ich gesagt, hör mal, AQM heißt ja das Modpack. Eigentlich heißt das Modpack ja AQM2. Weil das ja anders ist. Und deswegen nenne ich es halt so. Hast du davon. Auto Output hinten. Ah, ne, wir müssen doch gucken, was da rauskommt, wenn ich den Seed jetzt hier anpflanze. Der krasse Seed überhaupt. Alter, ist der krass. Kommt direkt in der Elementalious Fruit raus. Und wenn wir die umcraften, haben wir doch bestimmt das, was wir haben wollen, oder? Haben wir genau raus. Abgeschlossen. So, ähm, der kommt noch hin. Das heißt, hier kommt die Elementalious Fruit hin. Und die Seeds kommen nach hier. Habe ich es so gemacht, war dann irgendwie einfacher, wenn man direkt alles so benannt hatte mit den Sachen. Und ich glaube, hier habe ich die... Ah, ne habe ich gar nicht. Ich habe den Priority nicht hochgesetzt, aber ist egal. Aber bei der anderen doch, oder? Ja, bei der anderen auch, okay. So, der macht das. Jetzt machen wir diese Blume. Und eine Blume kostet normalerweise vier Diamanten. Vier Lapis und ein Emerald oder so. Oder irgendwie... Also teuer. Einfach teuer. Sagen wir einfach, ist teuer. Genau, einfach teuer. So, und hier raus. Out Blacklist. Kommt jetzt alles raus, ne? Alles kommt da raus. Und die 30-Banner war noch durch. Nur das Ding ist, für so ein Greenhouse brauche ich halt auch noch... Ähm, wie nennen die sich? Gobber. Aber ein normales Gobber. Nicht Neter-Gobber, nicht End-Gobber, sondern ein normales Gobber. Und deswegen muss man da mal ganz kurz gucken, dass wir genug haben. Und das ist nicht online. Alarm. Warum? Ist nicht angeschlossen wahrscheinlich, ne? Oh! Es ist nicht angeschlossen. Alter, was ist das denn für eine Kreuz-Knobel-Schaltung hier? Immer schnell wieder rein. Und dann verbinden wir das. Ah, wer ist denn? Schleimi. Eins, zwei, drei. Aktiviert. Network-Booting. Next Channel Online. Also neun Kanäle haben wir jetzt online. Nice. Haben wir eigentlich tot? Sind meine Boxen so leise? Ja, meine Boxen sind so leise. Okay. Okay. So, sieht doch schon mal gut aus. Hier ziehen wir auch nochmal einen durch. Das hat man letztes Mal ein bisschen Mangel. Obwohl wir hier natürlich einen haben, der die ganze Zeit erntet. Aber der geht halt langsam, weil es nur einer ist, ne? Und nochmal Dankeschön für die ganzen Kommentare in hinsichtlich des Hausbaus. Muss ich natürlich alle freischalten. Die waren echt blockiert. Lag übrigens daran, die Frage kam auch im Stream, warum das blockiert wird. Und zwar, weil es linkähnlich ist. Wenn man ein Hashtag macht, wird es irgendwie bei YouTube als Link angezeigt, den man anklicken kann. Und das wird zum Teil bei mir blockiert, weil ich eingestellt habe, dass Links blockiert werden sollen, weil da immer so komische Werbelings mancher drin sind. Und deswegen. Jetzt habe ich aber alle freigeschaltet, hoffentlich. Und die Pumpe war nie angeschlossen, ne? Aber gut zu wissen. Da wissen wir nämlich nicht, dass wir genug hatten. Wir werden bald wunderschöne Doom-Waffen haben. Da sollten wir eigentlich noch einen Raum machen, ne? So ein Waffenlabor. Oh, wisst ihr noch, wie das Waffenlabor in Time aussah? Also die meisten wahrscheinlich nicht. Aber das sah echt geil aus. Das war halt richtig krass. Das ist in Gekotoa. Wo kann man denn mal so eine Waffenstation reinbauen? Also ich hätte es gerade im Keller, aber Keller finde ich auch nicht so cool. Hier oben ist ja schon besitzter, will ich das auch nicht haben. Auf der anderen Seite ist die Müllanlage. Hier ist ein Gang ins Nichts. Aber an sich, glaube ich, eine gute Position dafür. Glaube ja, wenn wir hier jetzt noch so ein paar Waffenständer haben und so ein E-System irgendwie. Irgendwo geht hier auch ein Kabel hoch, glaube ich. Also ich habe den Vollegeplan mal geguckt. Irgendwo war hier eins. Da ist es! Oh, wusste ich es doch. Heißt, hier können wir... Machen wir auch im Boden rein, oder? Also im... Ne? Hier so am Boden halt. Und ja, hier ist so ein Stonebrick und da nicht. Das sieht nur mal anders aus in manchen Etagen. Kann man nichts machen. So, was brauche ich denn? Ich brauche irgendeinen geilen Block, Stonebrick. Und warte mal, wir brauchen einen Crafting Table. Terminal. Start. So, und dann brauchen wir noch Cable. Sieben. Die reichen sogar. Und dann brauchen wir noch coole Fassaden. Wir nehmen die für die Wände und die für oben. Oh, ich glaube, das wird sehr, sehr stylisch. Und wir brauchen jetzt noch ein Crafting Terminal. Ist schon fertig übrigens, weil das so schnell und wundervoll funktioniert. Und er ballert hier durch, sage ich mit euch, sage ich. Oh, der geht so gut. Ich habe hier voll den Zoo drin, ne? So ein riesiger Dino. Raben. Kleine Golems. Aber das ist halt, wenn man in einem großen Haus wohnt, damit man nicht alleine ist, ne? Und ich sehe gerade, hier brauchen ja... Hier müssten so zwei hin, oder? So. Ja, dann kann man nachher noch irgendwie cool dekorieren oder so. Noch besser verbunden. Na, dann bräuchte ich auch zwei Tablets. Oder wir machen das anders. Wir machen noch eine coole Ablage. Jetzt habe ich aber nur drei. Ah, ist nicht schlimm. Weil man kann das Ganze ja auch im Boden einbauen. Also so. Als würde ich irgendwie ein rotes Kabel haben. Ah, ist egal, ne? Wiegt hier zwar ein bisschen doof, weil es im Boden ist. Also nach unten hin gerichtet. Aber das wird gleich gut. Was man hier alles achten muss, nur damit es stylisch aussieht, ne? Schlimm, sowas. Schlimm. So, eins, zwei. Aber da fällt mir ein, wenn ich jetzt hier Kabel reinlegen würde. Gut, würde auch mit Schiss und Bits gehen. Dann könnte ich von oben die Fassade dran machen und von unten eine Holzfassade. Wie geil wäre das denn, bitteschön? Okay, ist ein kleiner Trick. Aber ist ein cooler Trick, glaube ich. Warte, ich probiere das mal aus. So, jetzt muss ich alles wieder wegmachen, ne? Ah, immer dieser Umentschlossener. Umentschlossener. So, warte. Wir machen jetzt einmal die normalen Kabel hier rein. Eins, zwei, drei. Da kommt ein ganzer Block rein. Perfekt. Da kommen jetzt die Kabelfassaden von oben drauf. Das ist aber echt, äh... Ist aber schon ein geiler Trick, oder? Diese Tricks hassen, ME-Designer. Ah, was weiß ich. So, und jetzt kommt rotes Kabel aus der Wand. So, Deckel drauf. Das sieht doch wunderhübsch aus. Nächstes rotes Kabel. Nächstes rotes Kabel. Und das letzte rote Kabel. Drei. Klasse. Und jetzt kommt unser Display noch da rein. Ich mach das mal hier hin. Ein rotes Kabel und er leuchtet anders. Sieht gut aus. Und von unten kommen jetzt noch die dran. Ah, jetzt... Ah, doch, von unten passt jetzt. Passt auf. Ne, ne, das war falsch. Das war ein ganzer Block. Oh, Mann, ist das cool. So kann man den doppelten Boden machen. Einfach Unmengen von den E-Kabeln in den Boden stopfen. Dann klappt das Ganze. Ah, ne, hier, das passt nicht mit der Beleuchtung. Schade eigentlich. Okay. Das sieht doch mal vorzüglich aus. Die Pflanze wächst. Wir haben jetzt bestimmt schon richtig viele Pflanzen im System. Ich guck noch einmal rein. Da ist es. 52 Stück. Und damit können wir so geile Blumen bauen. Welche Blumen wir bauen und welche ich bauen soll? Schreibt das in die Kommentare. Tschüss. Wie gesagt. Das ist es. Das ist es.